Ja meine Freunde, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum zeigt er mir jetzt hier irgendeinen Countdown, der in 18 Stunden, 34 Minuten, 42, 41 und 40 Sekunden abläuft. Ja, das kommt natürlich aus dem Hause Google und das Coole daran ist, dass man hier einen Santa Tracker hat. Man kann das zwar jetzt hin und her bewegen, das nützt mir allerdings noch nicht viel, denn ich soll in 18 Stunden und 34 Minuten, wenn ihr das später seht, bitte später einschalten. Kann man den Weihnachtsmann live verfolgen? Ja, jetzt werden sich die Größeren sagen, äh Sandmann, ach Quatsch nicht, Sandmann, Weihnachtsmann, Santa Tracker, was soll das? Ja, und zwar ist das entweder für euren kleinen Bruder oder eure kleine Schwester, die werden sich freuen, den Weihnachtsmann das erste Mal über GPS verfolgen zu können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ey, das macht bestimmt richtig fetz und ich habe bestimmt morgen mein Looks und mein Handy immer am Start und über Google Maps wird das Ganze dann aktualisiert. Die Bilder sind unter Santa Tracker direkt nochmal zu sehen. Ihr werdet euch schlapp lachen, wenn auf einmal der Weihnachtsmann über Deutschland hinwegfliegt und zuerst nach, was weiß ich, Nordamerika oder so oder direkt in Deutschland irgendwo anfängt. Keiner weiß es, das ist ja das große Betriebserheimnis hier vom Santa Tracker. Ich freue mich einfach nur und hier unten steht ja dann auch, die Verbindung zum Weihnachtsmann konnte noch nicht hergestellt werden. Noch nicht, warum nicht, weil in 18 Stunden ist es erst soweit. Ja, und in 18 Stunden werdet ihr wahrscheinlich auch mal reingucken. Ich werde das Ganze morgen natürlich auch nochmal aufzeichnen, weil mich das brennend interessiert, wie das aussieht, wenn der Santa Tracker seine Aktion vollführt und per GPS die Position übermittelt und über Google Maps den Weihnachtsmann so sichtbar für alle macht. Ich denke mal, da werden viele kleine und große Kinder ihren Spaß dran haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und werde es im Auge behalten. Wenn ihr es nicht macht, dann werde ich es für euch aufzeichnen und werde es nochmal bereitstellen. Und dann könnt ihr euch genauso darüber amüsieren. Und behaltet euch das mal im Kopf für das nächste Jahr. Ich denke mal, spätestens dann wird es auch Versionen geben, eventuell sogar mit Street View. Ich bin davon nicht ganz überzeugt, aber einige Quellen munkelten schon, ob es sowas nicht dieses Jahr auch schon geben sollte, dass man auf einige Ecken und Kanten drauf gucken kann und über die Satellitenfunktion von Google vieles ausfindig macht. Jedenfalls habe ich euch die App jetzt vorgestellt. Macht, was ihr wollt, nutzt sie von mir aus und bitte stellt sie euren kleinen Geschwistern. oder euren Kindern zur Verfügung. Ihr lacht euch schlapp. Link ist in der Beschreibung. Santa Tracker heißt die gute App, kostenlos im Play Store und wie gesagt, spätestens in 18 Stunden. Ja, müsst ihr unbedingt reinschauen. Also, bis später.